Bauteile von BIA erfüllen höchste Qualitätsstandards. Mit der Umrüstung und Akkreditierung des eigenen Prüflabors am Standort Solingen ist BIA nun berechtigt, auch offizielle und unabhängige Material- und Oberflächenprüfungen durchzuführen und Prüfberichte zu verfassen. In Vorbereitung auf die Akkreditierung hat BIA erhebliche Investitionen in die baulichen und technischen Anpassungen seiner Laboreinrichtung getätigt. Das über die deutsche Akkreditierungsstelle DAKKS auditierte und akkreditierte B-Lab bietet den Vorteil, dass BIA EMPB-Freigaben, die nach Forderung mancher Automobilhersteller über ein akkreditiertes Prüflabor erfolgen müssen, ab sofort in-house abbilden kann. Zusätzlich führt das Labor nach wie vor Prüfungen nach herstellerspezifischen Normen und Vorgaben aus. Mit der Akkreditierung schafft BIA für seine Kunden einen echten Mehrwert. So bekommen Sie Fertigung und Prüfung der Musterteile sowie die Dokumentation direkt aus einer Hand. Die Kostenstruktur wird durch Vermeidung langer Wartezeiten und zusätzlicher Versandkosten zu externen Prüfstellen klar optimiert. Langwierige Abstimmungsrunden der Prüfergebnisse erübrigen sich ebenfalls und ermöglichen eine konsequentere Einhaltung der straffen Zeitpläne in der Qualifikation der Bauteile. Dies gilt nicht nur für die bewährten Galvanik-Bauteile, sondern auch für den Bereich der Lackoberflächen und die erforderlichen Prüfungen in diesem Bereich. Darüber hinaus bietet das B-Lab seine Dienstleistungen auch extern an. Zum Leistungsportfolio zählen unter anderem schichtdicken Messungen, Korrosionsprüfungen, Klimasimulationstests, Kondenswasserklimate, Härte- und Haftfestigkeitsprüfungen sowie Sonderprüfungen, wie beispielsweise zur Medienbeständigkeit. Anfragen über Prüfaufträge können über die Website des B-Lab an das Labor gerichtet werden. Aktuell werden die Prüfkapazitäten noch einmal deutlich erweitert. So trägt BIA den nicht nur internen Anforderungen Rechnung, die sich aus der dreiwertigen Verchromung, den neuen Oberflächen im Bereich der Lackierung und den Forschungsprojekten zur chrom-6-freien Galvanisierung sowie zur Wertstoffrückgewinnung ergeben. BIA Die Oberfläche BIA